Kids packt die Badehose ein, denn am 29.11. heißt es Wettschwimmen gegen Matthias Tüscher. Liebe Kids Cup-Mitglieder, ich fordere euch heraus, am 29.11. gegen mich im Wettschwimmen anzufilfen. Kommt her und habt Spaß mit mir. Außerdem erwartet euch eine Autogrammstunde mit der kompletten Mannschaft. Und das Beste für Kids Club-Mitglieder ist der Eintritt an diesem Tag kostenlos.